Hallo, ich bin Renato von TalentEye und ich zeige euch eine Gleichgewichtsübung, und zwar die erste Übung aus dem Programm Balancieren auf den Füssen. Loop it! Für diese Übung steht ihr auf ein Bein und zieht das andere Bein so ab, dass der Fuss etwa auf Kniehöhe aufliegt. Je höher ihr den Fuss aufzieht, desto schwieriger wird die Übung. Ihr könnt die Übung auch erschweren, indem ihr z.B. auf ein Fuss gestimmt. Vergesst nicht, die Übung auf beiden Seiten zu machen.